So wie man es in der Überschrift dieses Videos lesen kann, wird es ein WWE 2K14 Turnier geben. Was es damit auf sich hat und wie ihr daran teilnehmen könnt, findet ihr im verlinkten Video hier im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr WWE 2K14 immer noch nicht vorbestellt habt, dann solltet ihr mal schleunigst in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr einen Link, wo ihr WWE 2K14 für Xbox 360 und Playstation 3 für nur jeweils 50 Euro mit dem Gutscheidcode franzzockt auf xgshop.de bestellen könnt.